Hola, die Waldfee. Oh mein Gott, die Lara ist echt drauf, muss ich sagen. Was ist das bitte für ein Game? Ja, und herzlich willkommen hier bei Let's Play Tomb Raider. Wir sind hier auf dem Wege zum Funkturm und müssen uns hier quasi hoch erklimmen, um unserer Crew ein Signal zu geben. Ihr wisst ja, was da eigentlich so passiert ist. Und unser Freund, Ross, ist leider verletzt und wurde von einem Wolf gebissen. Na, wie geht die Reise jetzt hier weiter? Oh, Backe. Schambleiben! Gehen wir rein! Bitte verschwindet, ihr blöden Wachmänner. Schniedelpriester, oh mein Gott. Ist das eine gute Idee? Wir haben es. Aber nichts entspannen. Später kriegen wir bestimmt wieder Wrackdienst. Wofür sie ihn wohl benutzen? Was, den Funkturm? Ja, er funktioniert noch, oder? Vermutlich. Leute von uns bewachen ihn Tag und Nacht. Vater Matthias will nicht, dass sich ihm jemand nähert. Glaubst du, er hat Verbindung zur Außenwelt? Warum glaubst du, dass kein Überlebender es so weit schafft? Wie meinst du das? Matthias weiß genau, wann ein neues Schiff kommt. Wir haben immer genug Vorbereitungszeit. Also, handelt er. Lockt mit dem Turm Schiffe an. Genau. Aber warum? Ich glaube, er will sie finden. Den Schlüssel. Schlüssel? Glaubst du wirklich an dieses Zeug? Ich, ich weiß nicht. Wir sollten gar nicht drüber reden. Ruhen wir uns lieber aus. Ja, ich würde sagen, im Schlaf. Ja, das ist sicher recht. Stirb. Und dann der Nächste, bitte. Kurzer Prozess. Zwei Leute auf einmal. So schnell und so gut. Ja, da muss ich mich mal selbst loben. Ach du Scheiße. Wir sind hier richtiger Überlebungskünstler geworden, muss ich sagen. Hammergut. Bergungsgut kann ich immer gut gebrauchen. Und da hinten ist der Nächste. Hallo, Drey. Der muss dran glauben. Und zack. Kopfschuss. Gemerkt haben sie, glaube ich, nichts, oder? Ich hoffe nichts. Lass mal natürlich hier transferieren. Das ist der einzige Grund, warum ich hergekommen bin. Hier ist noch ein Büchlein. Untersuchen wir das mal. Könnte wichtig sein. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar. Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte es schwieriger werden, als erwartet. Aber das zu der Sache. Schnell weiter. Oh Mann, wieso bin ich ins Wasser gesprungen? Der Sprung war glatt daneben. Wo lang müssen wir überhaupt? Da oben lang, oder was? Heiliger. Okay, dann nichts wie los. Wir haben ja unsere Axt hier bekommen, beziehungsweise unsere Spitzhacke hier von Ross. Damit wir hier ganz locker und easy hochklettern können. Und was ist hier? Achso, Feuer. Wo lang geht es? Ich glaube, ich habe den Weg. Einmal hier rüber. Zack. Und jetzt einmal hier auf den Brocken. Zack. Wie praktisch. Ja, und hier ist durchgehend schlechtes Wetter. Ich glaube selbst nicht. Hammer, was hier abgeht. Naturkatastrophe hier. Orkan Sandy. Oder was war das nochmal? Was in Amerika passiert ist. Oh oh. Ich muss mich beeilen. Alles kracht ein. Nein. Nein. Oh Gott, war das Knack. Das hätte schief gehen können. Ach du Scheiße. Lara, bist du da? Finden sie den Bunker. Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonvermittlung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Ah. Das wäre gut. Das wäre sehr gut. Was ist denn da hinten bitte? Ah, ich glaube hier können wir grinden. Machen wir doch mal hier gleich. Oh shit. Wir kriegen Besuch. Das muss alles nicht sein. Shit. Monat. Okay. Ach du Scheiße. Days will es wirklich wissen. Fuck. Wir müssen unsere Fissol rausholen. Verdammte Hacke. Ach du Scheiße. Ja, mit Bogen kämpfe ich ehrlich gesagt nicht so gut, wenn es zu viele sind. Wenn es nur ein, zwei sind, dann mache ich das auch mal gerne mit Bogen. Und ich hoffe auch, dass mein Bogen irgendwie stärker wird oder wir es irgendwie aufrüsten können. Fehlt mir ein bisschen, aber das kommt bestimmt noch. Und hier haben wir wieder was Schönes. Das kann ich mir wieder nehmen. Einmal kurz die Fackel anmachen. Ihr kennt das gute Stück ja, was ja auch natürlich typisch Survival ist. Richtig geiles Game. Unglaublich. Macht richtig Laune. Und was haben wir bekommen? Tada. Wieder Bergungsgut. Dankeschön. Dann mal weiter. Wieder durch diese Schlitze. Oh oh. Ach du Scheiße. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Sam's Chem. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex. Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey. Wer ist denn die Kleine hier? Ja, sie ist süß, hm? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft zum Nachtwandel. Hey, Grim. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Na ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm ne Kopfnuss. In neun von zehn Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Gut. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay. Dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genauso. Ja, ungefähr. Oh Gott. Cut. Cut. Cut! Cut! Äh, kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe, Dr. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie schaffen das. Ja, nur ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen kulturnahe bringen, Sam, und kein Essen. Nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie. Noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action. Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinen Pinguin-Pyjama. Ich war fünf Jahre alt, das war mein erster Punkt. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Hm, das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf dich. Oh mein Gott. Was war das bitte für eine Aufnahme von Sam? Die nimmt ja vieles auf, obwohl sie eher so modebewusst ist. Aber was ist hier? Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Eine chinesische Bronzemünze. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des Jahrhunderts. Der ist 19. Jahrhunderts, okay. Japaner. Langweilig. Oder interessiert ihr euch eigentlich so für japanische oder asiatische Kulturen? Es ist eher so bedingt, oder? Es ist eher so begrenzt, die Interesse. Also ich interessiere mich jetzt nicht so für Hunde essen oder so. Aber so bestimmte Gerichte sind schon ganz lecker. Oder auch eben so von der Mentalität her manchmal. Ich glaube, wir kriegen Besuch. Shit. Ich glaube, ich muss hier lang. Oh, Backe. Sind wir nicht von hier gekommen? Ach du Scheiße. Der Weg ist versperrt. Heiliger Schniedelsack. Unsere Munition ist auch voll, wie wir sehen. Dann nichts wie weiter. Wir gehen zu unseren Feinden. Das ist eigentlich nicht so schlau. Oh mein Gott. Kann ich die erwürgen? Nein, das macht auch keinen Sinn. Ich muss die auf mich ziehen. Komm schon. Ich wage es. Ich wage es. Das haben die wohl nicht gecheckt. Haha. Ihr seid so blöd. So blöd wie Enton aus Pokémon. Und da ist der Nächste. Zack. Auch Sneaky. Wie gut ist das bitte? Okay. Wie viel haben wir denn hier bitte ausgemacht? Schade, dass ich die jetzt auch nicht die Feinde sehen kann, wie bei Batman. Das fehlt mir ein bisschen. Aber das ist halb so schlimm. Okay. Und das ist der Nächste. Richtig gut. Da fehlt nur noch einer, glaube ich. Der Letzte. Dein Ende kommt. Ich glaube, der schweißt da irgendwas. Aber jetzt schweißen wir ihn. So, und ist da jetzt jemand am Licht oben? Da bewegt doch einer was, oder? Da oben muss einer sein, glaube ich. Komm schon, greifen wir mal das Licht an. Nein, da ist einer. Ich sag doch. Vielleicht treffen wir den so. Shit, hat nicht so geklappt. Vielleicht können wir das Licht kaputt machen. Und, wo ist unser Freund? Kommt er nicht nach unten? Schade. Ein Versuch war es wert. Jetzt ganz sneaky. Der müsste irgendwo oben sein. Und ich habe auch nur einen dort oben ausfindig gemacht. Das heißt, er ist ganz alleine und weiß überhaupt nicht, dass seine guten Freunde schon gestorben sind und im Jenseits sind. Ich transferiere erst mal kurz. Dankeschön. Bergung ist gut. Und jetzt gehen wir nach oben. Sofern hier keine Gegner sind. Ich glaube, wir können auch nicht so leicht nach oben. Ich hoffe, es gibt einen Weg überhaupt nach oben. Ach du Scheiße. Die schweißen irgendwas. Hier ist aber nicht der Schweißerlehrgang, mein Freund. Zack. Boah, das hört sich schon krass an, ne? Wenn die so einen Headshot bekommen. Ich will gar nicht wissen, wie weh das tut. Und die Lara ist ja überdurchschnittlich stark. Für ihre Verhältnisse bei den Oberarmen, die sie hat. Ist ja nicht unbedingt so dick, ne? Okay, und oben ist einer. Die Frage ist, wo? Okay. Da ist einer. Und? Umbringen. Schnell. Sneaky. Und jetzt der Nächster. Hier. Zack. Richtig gut. Alter, das war ja total sneaky jetzt. Alle umgebracht, ohne entdeckt zu werden. Heiliger. Was suchen die Soldaten hier nur? Sieht so aus, als ob das Russen sind. Zumindest war ja ein Anführer von denen ein Russe. Oh, Backe. Okay. Ich hab ne Idee. Shit. Die haben mich gemerkt. Fuck. Nichts, Herr Bruder. Oh Gott. Verbrenne gleich. Hier, durch die Lücke. Schmeckt's? Was ist dir schmecken? Feuer als Gewürze. Hahaha. Oh Mann. Ich dachte, es hätte geklappt. Aber dem war nicht so. Jetzt können wir eigentlich rüberspringen. Und. Voila. Das hab ich hier oben gar nicht gesehen, wenn ich ehrlich bin. Wir hatten echt Glück. Sehr viel Glück. Was für ein Turm. Unglaublich. Ein bisschen EP. Hier können wir noch was untersuchen. Hm. Eine Art Behälter. Wer hat das zurückgelassen? Das würde ich mich auch mal fragen. Und eventuell muss ich hier hoch. Kann das sein? Ich hab ein ungutes Gefühl hier, Freunde. Ich muss hoch. Doch die Frage ist wie. Die Frage ist wie. Oder? Ja, ich muss hoch. Und ich hab auch vielleicht eine Idee. Aber nur vielleicht. Ich glaube, ich komm nur von unten hoch irgendwie. Weil hier sieht es hier nicht danach aus, oder? Nee, doch hier oben. Das hab ich ja gar nicht gesehen. Dieser Bunker. Zweiter Weltkrieg. Wahrscheinlich japanisch. Leute. Ich bin bloß. Ich bin bloß. Alles. Untertitelung des ZDF, 2020